Die Schlacht bei Biprakte wurde zwischen den Helvetian und sechs römischen Legionen geschlagen. Die Römer standen unter dem Kommando von Gaius Julius Caesar. Die Schlacht fand 58 V. Chr. statt im ersten Jahr des Gallischen Krieges. Der Schlachtverlauf Nach den Angaben Caesars in seinen Kommentaren zum Gallischen Krieg war Orgetorix der mächtigste Mann der Helvetia. Er fasste den Plan Gallien zu unterwerfen. Dazu überredete er seinen Stamm aus ihrem Gebiet im heutigen schweizerischen Mittelland auszuziehen. Gleichzeitig verschwor er sich mit mächtigen Fürsten der Heduer und Ziquana. Zusammen wollten sie Gallien unter ihre Gewalt bringen, wenn die Helvetia nach ihrem Auszug mit einer großen Anzahl von Kriegern in Gallien einfallen. Dieser Plan wurde jedoch verraten und Orgetorix musste sich vor der Stammesversammlung der Helvetia verantworten. Orgetorix schüchterte die Versammlung mit Hilfe seiner 10.000 Klienten ein und konnte sich befreien. Danach geriet er jedoch unter Druck und beging Selbstmord. Der Wunsch nach Auswanderung blieb jedoch bestehen. Caesar berichtet, dass die Helvetia ihre Städte, Dörfer und alles Getreide verbrannten und nach Gallien zogen. Es soll sich eine Wanderlawine aus Helvetian, Tullingern, Latubrigern, Raurakern und Bäuern mit insgesamt 368.000 Menschen gebildet haben. Davon ein Viertel waffenfähig. Diese Version Caesars wurde noch in den frühen 1980er Jahren an den Schweizer Schulen gelehrt. Die neuere Forschung zieht sie aber zunehmend in Zweifel. Vieles spricht dafür, dass die Auswanderung der Helvetia wohl eher als Kriegszug kleinerer Stammesgruppen zu sehen ist. Während die Siedlungen und Kultstätten der Helvetia eine ungebrochene Kontinuität und Vitalität zeigten. Die Helvetia wollten durch die römische Provinz Gallia Nabonenses ziehen. Ihre Bitte danach jedoch lehnte Caesar ab. Die Römer errichteten eine Mauer, die die aus dem Genfersee fließende Rhone mit dem Jura verbannt. Sie war 27,5 Kilometer lang. Die Helvetia gaben ihr Vorhaben über die Rhone zu setzen schnell auf. So mussten die Helvetia sich einen anderen Weg suchen. Durch Vermittlung des Domnoryx brachten sie die Siguana dazu, den Durchzug durch ihr Gebiet zu dulden. So gelangten die Helvetia in das Gebiet der Heduär und verwüsteten es. Die Heduär alte Verbündete rumsgriefen Caesar zu Hilfe. Anfang Juni erreichte Caesar dies ohne mit drei Legionen, als drei Viertel der Helvetia den Fluss bereits überquert hatten. Caesar griff das nicht kampfbereite letzte Viertel an und machte einen Großteil von ihnen nieder. Danach ließ Caesar eine Brücke über die Zone bauen, überschritt sie und heftete sich den Helvetian an die Fersen. Die Helvetia schickten die Viko als Gesandten zu Caesar, der ihn in einer Prall- und Schmährede an die Niederlage der Römer gegen die Helvetia von 107 v. C.H.R. erinnerte, nach einigen kleineren Scharmützeln war Caesar um den 20. Juni gezwungen, die Verfolgung der Helvetia aufzugeben und nach Bibrakte abzubiegen, um die Verpflegung seiner Legionen zu sichern. Nun verfolgten die Helvetia die Römer und begannen, die Nachhut der Römer anzugreifen. Die Entscheidung bei Bibrakte als Caesar die Angriffe der Helvetia bemerkte, schickte er seine Truppen auf den nächsten Hügel. Bei diesem Hügel handelt es sich vermutlich um den Boise-Jauks bei Montmode 22 km südlich von Bibrakte. Dort wurde bei archäologischen Untersuchungen ein Graben entdeckt, der wahrscheinlich von den Legionären Caesars ausgehoben worden war. Caesar schickte die Reiterei vor, um den Angriffe der Helvetia abzufangen. In der Zwischenzeit stellte Caesar auf halber Höhe des Hügels seine vier erfahrenen Legionen in dreionfacher Schlachtreihe auf. Oben auf dem Hügel reihte er alle Hilfsstruppen sowie die zwei Legionen, auf die er vor kurzem in der Provinz Galliazis Alpina ausgehoben hatte. Sie sollten das Gepäck bewachen. Die Helvetia brachten ihren Tross an eine Stelle und warfen in dicht gedrängter Schlachtstellung die Reiterei der Römer zurück. Sie bildeten eine Phalanx und rückten gegen das erste Treffen der Römer von unten an. Um eine Flucht unmöglich zu machen, ließ Caesar sein Pferd und danach die Pferde der Offiziere außer Sichtweite führen. Die Legionäre warfen ihre Piler von oben in die Phalanx der Feinde und sprengten so die Phalanx. Danach griffen sie die Helvetia mit gezückten Schwertern an. Die Helvetia wurden durch ihre Schilde behindert. Viele Piler der Römer hatten durch einen Wurf mehrere Schilde der Helvetia durchschlagen und aneinander geheftet. Die römischen Speerreisen waren so geschmiedet, dass sie sich nach der in den Schild eindringenden Spitze verjüngten und an dieser Stelle so weich waren, dass sie sich verbogen anstatt zu brechen. Die Eisenspitze der Piler konnte nicht herausgerissen werden, so dass viele Helvetia ihren Schild wegwarfen und mit ungedecktem Körper kämpften. Die Helvetia begannen zu weichen und zogen sich auf einen Berg in etwa 1,5 Kilometer Entfernung zurück. Die Bäuer und Tullinger bildeten mit 15.000 Mann den Abschluss des helvetischen Heeres. Sie trafen auf dem Schlachtfeld ein, als die Helvetia den Berg besetzt hatten und die Römer von unten nachrückten. Die Bäuer und Tullinger griffen die Römer auf der ungedeckten Seite an. Als sie dies sahen, drangen die Helvetia, die sich auf den Berg zurückgezogen hatten, wieder vor und erneuerten den Kampf. Die Römer spalteten ihr Heer in zwei Gruppen. Das erste und zweite Treffen leistete den Helvetian Widerstand, die sich auf den Berg zurückgezogen hatten. Das dritte Treffen sollte die Tullinger und Bäuer aufhalten. In dieser Doppelschlacht wurde lange gekämpft. Insgesamt dauerte die Schlacht von der sieben Stunde bis gegen Abend. Schließlich zogen sich die Helvetia zurück, die einen auf dem Berg auf den sie schon einmal geflohen waren, die anderen zum Gepäck und ihren Karren. Mit ihren Karren hatten die Helvetia auf einem erhöhten Ort eine Wagenburg gebildet. Dort wurde bis tief in die Nacht gekämpft. Die Helvetia schleuderten aus den Zwischenräumen der Karren und Räder ihre Wurfspeere und Wurfspieße auf die Römer. Doch schließlich gelang es den Römern, die Wagenburg zu erobern. Dort wurden die Tochter des Orgetorix und einer seiner Söhne gefangen genommen. Den Helvetian blieben nach der Schlacht 130.000 Menschen. Sie zogen noch in der Nacht ohne Aufenthalt weiter. Die Römer folgten ihnen nicht, weil sie ihre Verwundeten versorgen und die Gefallenen bestatten mussten. Am vierten Tag gelangten die Helvetia in das Gebiet der Lingonen. Cäsar schickte Boten zu den Lingonen mit der Forderung, die Helvetia nicht mit Getreide oder etwas anderem zu unterstützen. Nach drei Tagen folgte Cäsar den Helvetian mit allen Truppen. Aus Mangel an allem waren die Helvetia gezwungen, sich Cäsar bedingungslos zu unterwerfen. Cäsar verlangte Geiseln ihre Waffen und die Sklaven, die zu ihnen übergelaufen waren. Cäsar befall den Helvetian, in die von ihnen selbst verwüstete Heimat zurückzukehren, damit dieses Land nicht an die Germanen fällt. Die Bäuer wurden mit Erlaubnis Cäsars von den Hedern aufgenommen. Die Angaben in Cäsars Debelo Gallico. Mit seinen Kommentaren über den Gallischen Krieg wollte Cäsar seine Feldzüge als gerechte Kriege rechtfertigen und seinen eigenen Ruhm mehren. Deshalb hat Cäsar vor allem die Anzahl seiner Feinde stark übertrieben. Die von Cäsar genannten 368.000 Helvetia dürften deutlich zu hoch sein. Realistischer erscheint die Zahl der waffenfähigen Männer sowie die Zahl der Überlebenden. Geht man davon aus, dass die Verluste bei derartigen Kriegszügen etwa ein Drittel betrugen, kommt man auf eine ursprüngliche Größe des Helvetia-Zuges von knapp 200.000 Menschen. Ein weiteres vermutliches Propagandamanöver Cäsars Bestand darin, seinen Sieg über die Helvetia als Rache für die Niederlage der Römer gegen die Helvetia aus dem Jahr 107 v. C.H.R. Dazu stellen, nach Angaben Cäsars wurde das römische Heer damals von den Helvetian unters Joch geschickt, eine besonders große Erniedrigung. Als nun Cäsars Truppen an der Sohn das letzte Viertel des Helvetia-Zuges vernichtete, merkte Cäsar an, dass es sich bei dem niedergemachten Teil der Helvetia um Menschen aus dem Gau der Tiguriner handelte. Die Tiguriner waren ausgerechnet der Gau, der auch die Römer 107 v. C.H.R. unters Joch geschickt hatte, wie Cäsar schrieb. So musste, sei es durch Zufall oder nach dem Ratschluss der unsterblichen Götter, derjenige Teil der Helvetischen Bevölkerung, der dem römischen Volke eine empfindliche Niederlage beigebracht hatte, zuerst büssen. Unter dem Aspekt der Rache für die 107 v. C.H.R. Erlittenes Schmach ist auch der Auftritt des Divico zu sehen, den Cäsar eine Prall- und Schmährede halten lässt. Dieser Divico soll bereits 107 v. C.H.R. Führer der Helvetia gewesen sein. Nimmt man an, dass Divico bereits 107 v. C.H.R. Als Herrführer über 20 Jahre alt gewesen sein musste, kommt man für das Jahr 58 v. C.H.R. auf ein Alter von ca. 70 Jahren. Es ist somit nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich, dass die Gesandtschaft der Helvetia tatsächlich von jenem Divico angeführt wurde. Die Schilderung des Helvetia-Zuges durch Cäsar wird beim römischen Leser dieser Zeit Erinnerungen an die Kimbern und Teutonen geweckt haben, die in den Kimbernkriegen mehrere römische Armeen vernichteten. Auch diese Völker hatten ihre Heimat verlassen und brachten Krieg bis in die römischen Provinzen. Diese Parallele bot für Cäsar den idealen Kriegsgrund. Sein Ziel war es, einen ähnlich zerstörerischen Kriegszug wie den der Kimbern zu verhindern. Cäsars Sieg gegen die Helvetia stellte ihn in eine Reihe mit seinem Onkel Gaius Marius, der einst die Kimbern besiegte. . 2. Vielen Dank.